Musik Ihre Zahlen beruhen alle auf einer unrealistisch-optimistischen Wachstumsprognose. Da spricht der Ökonom. 3,8 Prozent. Nie im Leben 3,8 Prozent. Musik Die hast du mir doch zum Hochzeitstag geschenkt. Richtig! Oli müssen wir reden. Könntest du das nicht ohne mich machen? Jetzt erst mal das Patchkabel habe ich gelötet. Du kannst löten? Du kannst aufrecht gehen. Grüß Gott! Wir sind die Lindners. Lenny und? Lisa Lindner! Wir sind Volksmusikanten. Und gute Freunde von den Silberwalds. Und wir freuen uns hier für Sie in Totos Tanzbude spielen zu dürfen. Fahren wir nochmal an. Fahren wir nochmal an. Dann kriegt ihr den Inhalt auch besser mit. Wenn ich Gutes tue, wird Dopamin in meinem Käppchen ausgestreut. Wenn ich Gutes tue, erfüllt mich Glück und Zufriedenheit. Glück ist ich, ich, ich. Ich, ich, ich. Ich, ich, ich. Ich, ich, ich. Hat mich Hans angerufen am 40. Geburtstag. Aber ich bedaufte, jetzt ist glücklichste Tag in meinem Leben. Nach Hochzeit. Sag mal, hat das Management sich gemeldet? Du meinst Mutter? Ja. Ja. Hallo? Oh, Entschuldigung. Hab ich gedacht, sie wären mein Ohrlieb. Sehen sie von hinten genauso aus. Aber sind sie nicht? Nein, bin ich nicht. Ich bin ihr, ich bin ihr Erzähler. Ho, 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 ho. Ja, könnt ihr das mal versuchen? Bin ich so glücklich. Hat sich gelohnt, seid bei Therapeut. Gut, war nicht billig. Therapeut sagt, wie geht es dir? 50 Euro. Wir lachen die Sorgen einfach aus Und blasen die Trübsal aus dem Haus Heute lassen wir den Frohsee nur herein Und wollen miteinander lustig sein Dankeschön. 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 Aber sie saugt nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. UndTalk. UndTalk. Vielen Dank.